ja es gibt sehr viele hobbys den ich nachgegangen bin die ich lange zeit gepflegt habe es gibt sehr viele sachen die ich mir ausprobiert habe angefangen von karate bis über bboy breakdance capoeira alles ich kann mich noch sogar ganz genau daran erinnern wann das bei mir so mit der musik losging also 2008 ich habe ein gesamtes album für asima aufgenommen zum geburtstag richtig auch mit cover zu der zeit ich hatte damals glaube ich so einen sony ericsson habe mit dem sony ericsson das cover für die für das für die cd für die cd hülle gemacht für das booklet auch das habe ich dann als jemals zum geburtstag geschenkt viele meiner tests sage ich mal die ich gemacht habe liebe songs songs über die heimat ich habe erst mal so geguckt was steht so welcher stil passt so richtig zu mir und habe dann erst mal gar nicht so eine wirkliche richtung gefunden ich habe erst mal alles so querbeet mal ausprobiert und 2018 glaube ich war das habe ich auf einmal angefangen so ein bisschen lust wieder für oldschool musik also wirklich so auf 90 bpm beats ich hatte mal auch mal lust einfach mal was zu machen was wirklich so an die 80er 90er jahre erinnert und ich hatte noch nie über meinen werdegang hier in deutschland gesprochen und ich dachte mir einfach ich mache mal ein musikvideo wo man mich als cartoon figur sieht und das lassen wir auch schön schwarz weiß mit vhs stil richtig der beat muss sich oldschool anhören der text also ich wollte jetzt auch nicht so im afro trap dancehall rappen also auch der beat sollte sich gar nicht so anhören und eine vorlage gab es dafür für den beat von dragonball gt ich bin ein riesen dragonball fan und da gab es natürlich hier und da mal traurige situationen in dieser anime serie und ich habe mir dann einfach ein paar sekunden sage ich mal samplen lassen und habe daraus dann den beat zu ghetto 96 gemacht in ghetto 96 warum 96 weil ich in dem jahr geboren bin warum ghetto weil ich in meinem leben also vor allem bis zu einem siebten bis zum achten lebensjahr auch wie im ghetto gelebt habe also man muss sich vorstellen ich habe damals in der gehrensie straße in hönchenhausen gelebt und das war so meine anfangszeit so in deutschland und da muss man sich das von der location her so vorstellen dass es ganz viele platten bauten gab aber nicht die platten bauten so wie man sie heute kennt mit schön lila schön gelb orange da war noch alles noch schön mit steinchen und so das war richtig oldschool und diese betongebäude die stehen immer noch da und die gebäude standen praktisch so im würfelmuster also alles was ich in diesem innenhof befand und alles was in dem innenhof passiert ist hatte nur was mit ausländern zu tun da haben albaner gelebt haben bosnia gelebt haben aserbaidschaner gelebt haben tschetschen gewohnt ganz viele vietnamesen da haben so viele nationen aufeinander rumgehockt aber als kind war das für mich trotzdem schön weil ich musste ja nicht irgendwie eine sprache können so als kind versteht man sich ja mit jedem da versteht man auch noch nicht so richtig so diese diese konflikte unter den nationalitäten so war meine kindheit und deswegen dachte ich mir den song den ich jetzt machen werde den nenne ich ghetto 96 und in diesem song war mir das wirklich sehr sehr wichtig dass wir dann auch so die anfangszeiten auch so ein bisschen zeigen auch die die stellen präsentieren in dem song die mich so als kind doch geprägt haben so wo man einfach mitbekommen hat wie leute abgeschoben wurden wo einfach sich leute einfach mal vor dem flüchtlingsheim einfach mal abgeballert haben es gab es ja auch also es gab ja einfach leute die haben sich gestritten unter innerhalb dieser nationalitäten es gab dann irgendwelche konflikte auch mit drogen geschichten und mit hier mit abschiebung und weiß ich nicht das habe ich alles damals mit fünf sechs jahren mitbekommen das ist nicht gerade das schönste was man so als kind mitkriegen sollte in dem alter aber das war so meine kindheit so ist ghetto 96 entstanden ich zeichne gerade was für mein musikvideo also ich zeichne die szenen für mein musikvideo willst du sehen ja komm mal nimm ruhig platz jetzt sicher nicht sechst du ja guck mal ich habe hier ganz viele bilder von mir gemalt und ähm diese ganzen bilder werden dann alle die kommen dann alle zusammen und wenn die dann fertig sind dann ist es ein musikvideo also zum beispiel guck mal so bewegen sich ja die fotos nicht ist ja gemalt das hat ja alles papa gemalt hier aber wenn man dann die bilder alle übereinander legt dann siehst du achte mal auf den finger ich mach da so mit dem zeigefinger im musikvideos ist dann so dann bewege ich siehst du mal ist der finger oben mal ist auch unten papa rappt sozusagen ist wie so ein daumenkino weißt du und ähm ich zeichne gerade hier hast du auch in lukia meine mama deine oma als sie geflüchtet ist alles habe ich alles habe ich alles gezeichnet dann habe ich papa dann habe ich hier ein paar münder aufgezeichnet das ist das wird dann alles über den computer eingefügt weißt du so bewegt sich ja damit der mund sich im musikvideo bewegt ähm habe ich hier münder aufgezeichnet die kommen dann überall rein willst du wissen was das für ein song wird ja so papa rappt hier über seine vergangenheit wie er damals im flüchtlingsheim und wie er damals hier groß geworden ist in berlin und dazu mache ich ein musikvideo und du weißt ja auch dass joker und joker aus kosovo gekommen sind und hier sozusagen kosovo und das wird alles im musikvideo gezeigt ist interessant oder ja mega interessant ja ja papa malt auch nicht nur du ich male auch immer noch ja ja den song habe ich schon aufgenommen aber ich kann ihn gerne noch mal vor rappen wenn du willst ja a cappella ohne beat nur für dich bleib da sitzen ich zeig dir gleich und guck dir die bilder an guck mal papa wie gut er zeichnen kann ich habe zwar den song jetzt schon fertig aufgenommen aber ich rappe ihn dir jetzt ohne beat vor papa kann auch ohne beats in a cappella bist du ready? ja so pass auf 1996 erblickte ich das licht der welt ich bin geboren in berlin im ostviertel lichtenberg auf dem balkan herrscht der krieg und obwohl es niemand sieht starben menschen wie noch nie im kosovo krieg geflüchtert von der heimat angekommen in berlin lebten im asylheim und waren sicher vom krieg meine kindheit war verrückt denn ich hatte großes glück lernte viele menschen kennen und wurde der wer ich heute bin meine eltern sind geflohen sie schützten mich vom mord und drohen entfernten mich vom mord und tot und kämpften für ein stückchen brot für die fern bis zum tod viele waren geflohen wie wir und leben heute in der hut doch viele am nächsten tag waren meine freunde nicht mehr da sie waren auf dem weg zur heimat während ich am schlafen war als kind verstand ich viele dinge nicht ich hab vielleicht gesehen menschen voller hass und narben im gesicht das sind die regeln nachdem wir alle gehen ob du willst oder nicht du wirst einfach zusehen ob du willst oder nicht du wirst stehen oder gehen deine spuren werden verweht wenn du packst und gehst es dauert nicht lange bis wirklich einer schießt wenn du lange hinsiehst klick klack rest in peace hier ist das hört sich an wie eine gute story aus dem buch das ist meine story dreck ist schon verflucht ich bin angekommen und zu bleiben ich bin ein playboy was geht ihr abholen mein geld zack 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 Loose Nachdem ich Ghetto 96 produziert hatte, veröffentlicht habe, waren jetzt so die Bewertungen Jetzt auch nicht so geil, der Song kam irgendwie nicht so gut an, da habe ich so das erste Mal in meinem Leben gemerkt Dass das, worauf man wirklich mal Lust hat zu produzieren, das kommt nicht immer gut an Vielleicht sollte man auch das machen, was andere Leute hören möchten Und dann orientiert man sich natürlich hier und da, hat man manchmal so einen Konflikt mit sich selber Da fragt man sich, soll ich jetzt Musik machen für andere oder soll ich Musik für mich selber machen Und für mich war das immer wichtig, Musik zu machen, hinter die ich stehen kann Aber leider sind wir in eine Zeit angekommen, wo man nicht immer nur das machen sollte, was einem selber auch nur gefällt Sondern man muss auch ein bisschen was machen, weil wir machen ja, sage ich mal, Musik für die Öffentlichkeit Würden wir es für uns machen, würden wir uns nicht in diesem Business drehen Dann würden wir wahrscheinlich Musik machen, zu Hause anhören und zu Hause lassen Da würden wir keinen YouTube-Channel haben, da würden wir nichts in den Social-Media-Kanälen hochladen Und da habe ich erst mal so gemerkt, okay, ich glaube, ich probiere jetzt einfach etwas, was ich meiner Meinung nach sehr gut kann Und Deutschrap, 90 BPM-Beats, Oldschool ist einfach ausgelutscht Das hört sich einfach altmodisch an, das will keiner hören, das läuft in keiner Bar Außer wenn man jetzt irgendwie auf Nostalgie irgendwie Bock hat, sich irgendwie so eine Sachen reinzuziehen Aber ich persönlich höre mir auch keine Oldschool-Sachen an Also Oldschool in dem Sinne Deutschrap Also von Tupac und von Biggie höre ich mir gerne so eine Sachen an, auch sehr gerne zum Fitness Aber so Deutschrap, nee, das Ding ist gelaufen, glaube ich Und ich dachte mir einfach, wieso bringe ich eigentlich nicht diesen albanischen Charme, diesen albanischen Flair, sage ich mal, in meine Musik mit rein Und wo ich gerade dabei war, die Zeichnung, also ich habe ja Ghetto 96 selber gezeichnet War meine Tochter gerade so am Fernsehen Und hat sich so alte albanische Songs angehört Und es gab einen Song in meiner Kindheit, der lief damals oft auch im Flüchtlingsheim Der Song hieß Das heißt so viel wie Mein Schatz, komm und bleib mit mir Und ich hatte den Song, glaube ich, locker schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr gehört Und dann bin ich so gerade dabei, die ganzen Skizzen, die ganzen Parts zu zeichnen Dass die Figuren sich in dem Cartoon-Musikvideo auch sich bewegen Und dann höre ich auf einmal, dass meine Tochter einen Song sich gerade reinzieht Den ich in meiner Kindheit schon gehört habe Und dann dachte ich mir so, weil das ja auch, sage ich mal, viele andere Künstler auch schon vor mir gemacht haben Wie wäre es denn einfach, wenn man den Song so ein bisschen Remake-mäßig einfach mal etwas nachmacht Dass man den Text verändert Also habe ich das dann auch direkt gemacht Und die Situation sah wie folgt aus Baby? Ja? Äh, wo hast du diesen Song? Da Da? YouTube oder was? Ja Das ist interessant Sing mal nochmal Okay, stopp Kannst du mir den Song mal zeigen? Ja Okay Mach mal kurz Pause Das ist interessant Ich hoffe, ich habe eine Idee wegen dir bekommen Den Song Den Song, den kenne ich noch von Deswegen kam mir das bekannt vor Wo ich damals klein war Wisst ihr, wie alt der Song ist? Nein Und bis jetzt gibt es keinen, der diesen Song gecovert, gesampelt oder irgendwie kopiert hat Ich habe mir jetzt mal den Song angehört Ich würde den Song am liebsten nochmal auch singen Aber nicht so wie sie, sondern ich würde den Text ein bisschen verändern Ja, okay Dann gehen wir mal ganz kurz Pass mal auf Sie hat doch gesagt Pass auf Klingt doch genauso Es ist nur ein bisschen der Text verändern Und dann könnte ich die anderen Teile rap Auch auf Albanisch Und dann mache ich einfach den Song komplett neu Und nehme einfach Mama als Prinzessin auch mit ins Musikvideo Was hältst du davon? Gute Idee Gute Idee Ja, natürlich gute Idee Ey, voll krass Weißt du, wie lange ich diesen Song schon nicht gehört habe? Seit bestimmt Da war ich damals sechs oder so Da war ich so alt, so fast wie du Der Rhythmus ist gut, wollen wir zusammen singen? Ja Komm, wir singen zusammen 1, 2, 3 Und du, und du, heide, zahmere, meh, muh Podlo da man aite, teken doin, pardaschuri Und du, und du, heide, zahmere, meh, muh Podlo da man aite, teken doin, pardaschuri Ey, du bist eine Starke Und du, und du, heide, zahmere, meh, muh Podlo da man aite, teken doin, pardaschuri Und du, und du, heide, zahmere, meh, muh Podlo da man aite, teken doin, pardaschuri Yeah, di a, di a, di a, unikdo zahmere Di a din se, gjithë, mund kum dojsh, baby Ja, dhe pse, kilometre, t'ne dojnë, prap se prap Zahmere, te dojnë, yeah Ja, wie man sehen konnte, ähm Habe ich, sag ich mal, den Kern des Songs Ziemlich gleich gelassen, so Und zwei, drei Wörter sind ein bisschen anders Ich hab die Versen, also die Parts Hab ich komplett neu geschrieben Dann kam Hook, dann kam eben dieses Und du, und du, heide, zahmere, meh, muh Und dann kam wieder ein neuer Part, den ich auch selber geschrieben hab Also, das einzige, was wirklich von dem Kernsong Aus den 90er Jahren geblieben ist Das ist wirklich nur die Hook Was, sag ich mal, auch dem Song So ein bisschen Charakter gibt Und, ich sag ehrlich so, ich war verwundert Also, wie geil das auch gemacht wurde Also, von DJ Screw damals Und wie gut man auch dann das Autotune eingesetzt hat Ich fand den Song einfach so als Moderne Version zum Vorgänger Einfach, ich hab das Ding übertroffen Also, ich kann wirklich sagen, ich find Unterdu ist ein Song von mir, den ich Selber extrem gerne höre So, ich bin auf dieses Projekt sehr, sehr stolz Unterdu ist ein Song Den ich Produziert und gedreht habe In der Zeit, wo ich mit Asima zusammen war Und der Track Oder das Musikvideo wurde erst veröffentlicht Nachdem wir nicht mehr zusammen waren Jeder Künstler war schon mal in der Situation Wo man sich einfach mal überlegt hat So, ähm Was ist so der nächste Schritt Was ist so der nächste Stil Was mache ich als nächstes Mache ich ein Album Mache ich einfach Free Tracks Baller ich jetzt einfach mal Ein Album mit einem Kumpel zusammen Und Bei mir war das dann so gewesen Dass ich dann irgendwann gesagt habe Ich hab Bock Auf etwas Was ich noch nie gemacht habe Ich hab Bock etwas zu produzieren Wo ich wahrscheinlich auch viral gehen werde Auch in der Gegend so Ich werde wahrscheinlich sehr viele Böse Kommentare kriegen Aber es ist eine Sache Über die ich einfach noch nie gerappt habe So Aber worüber ich im Privaten sehr viel rede Und wo ich auch im Privaten Mir auch sehr viel Gedanken darüber mache Und das ist einfach das Thema Sex So Ich hab einfach gedacht Ich mach einfach mal einen Song Der genau über dieses Thema handeln wird Aber ich werde es Richtig Richtig Gut Verpacken So Und ich werde auch Den Song so produzieren Dass er sich sehr modern anhört Ich werde den Song so produzieren Dass es zu einem Das wird ein Ohrwurmcharakter haben Und War dann so Mitten in der In der Schreibphase So Und Wollte denen mal sehr gerne Asima zeigen Aber die Reaktion war ein bisschen anders Als wie ich das erwartet habe Und Ja Ich wollte dir so ein bisschen was vorrappen Damit du mal siehst Um was es geht Und ich weiß Das ist nicht so ganz dein Ding Und so Weil du willst mich ja nicht Sehen wo ich über andere Frauen Und so rede Aber es geht eigentlich gar nicht Um andere Frauen Es geht eigentlich darum Dass Einfach das Thema Sex Einfach geil ist Und ich wollte schon immer So einen Song machen Der auch mal in einer Bar laufen kann Der so ein bisschen Ja Der ein bisschen Abgeht oder was Ich kann halt so ein bisschen Anfangs rappen Und du sagst mir einfach Deine ehrliche Meinung Okay Okay Das heißt auch so ein bisschen Precise Ist auch nichts festes so Ich habe jetzt noch nicht so richtig Alles fest geschrieben Aber das ist so Erstmal so der Grundstein Okay Trendliga Und laufe durch die Hood Als wäre ich ein Gangster Ich laufe durch Berlin Als würde mich jetzt jeder kennen In meiner Hose Ist für jeden ein Geschenk Ich bin nice Ich bin reich Ich bin wunderschön Einen schönen Tag noch Auf Wiedersehen Bam 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 Und dann Das ist die Hook Ich will Sex mit dir Du willst Sex mit mir Bevor ich mich verliere Baby Ich komm in dir Du willst Sex mit mir Ich will Sex mit dir Bevor ich mich verliere Baby Ich komm in dir Jena Trima Jena Bandita Bredi Ronas Povina Jena Trima Mischibka Bla 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 Mehr habe ich nicht Naja Ist das schon sehr viel wahr Ist das schon sehr viel wahr Ich wollte jetzt nicht hören Ob es sehr viel ist Ich wollte deine Meinung hören Naja Also Punkt eins ist Der Song an sich ist richtig geil Vom Text her finde ich den eigentlich auch geil So Hört sich gut an Punkt zwei ist Jetzt kommen wir zum Punkt zwei Jetzt stelle ich mir gerade das Video vor Ja Ja Das Video wird so sein wie der Song Ja Ich werde mir eine Darstellerin holen Die das professionell macht Oder vielleicht Darstellerinnen Also vielleicht auch mehr Und dann Stelle ich dir einfach in mein Video Und dann geht ab Sollen die ein bisschen da ihr Ding machen Sollen ein bisschen tanzen Und fertig Was ist das Problem Das ist immer Tja Also begeistert bin ich jetzt nicht Was soll ich jetzt sagen Ich hab dir doch gesagt Stör mich nicht in meinen Dingen Ja Ach du mit deinem Stören Ganz ehrlich man Man muss ja eigentlich Einfach Guck mal Du musst halt aber auch Auf mich irgendwie eingehen Ja Wenn mir irgendwie Sachen nicht gefallen Dann Weißt du ich mal Wir müssen es irgendwie gegenseitig Aber auch mal ein bisschen Soll ich meine ganzen Tracks Umschreiben Damit es Asima und familiengerecht ist Nee Aber so So wie du es jetzt gerade gehört hast Ich meine Das war jetzt kein fertiger Song Das war jetzt nur ein paar Zeilen Ich geschrieben habe Aber so in diese Richtung Stelle ich mir das vor Und so will ich es auch haben Ja Ich hab es verstanden Ja Das ist ein bisschen zu hart finde ich Für meinen Geschmack Also guck mal So an sich Der Song gefällt mir Ja Wenn es jemand anderen Das ist nicht so hart Das sind einfach Die normalen Gedankengänge Die so ein Typ wie ich Im Kopf hat Und ich glaube Wie sehr viele andere Typen Und auch Frauen Beidseitig Es ist nicht nur so Dass Männer so denken Sondern wie gesagt Das war jetzt wirklich ein Text Der kam aus Aus dem Herzen Ja Und ich will halt auch Ein ganzes Album machen Was in diese Richtung geht Guck mal den an ey Ja aber das ist das Worauf ich Bock hab Das ist das was ich Ja warum Verstehe ich einfach nicht Warum kann man nicht Ganz normale Lieder auch machen Wie die ganzen anderen Künstler auch Na dann hör dir doch Die anderen Künstler an Mach ich ja Aber ich meine warum Das ist ja was anderes Weißt du Ich habe für dich früher Ein Album produziert Ich habe für dich Sehr viele Liebessongs gemacht Ich habe Songs über das Leben gemacht Das ist einfach langweilig Ja für dich Ich habe keinen Bock Darauf man Aber auf sowas Oder was Ja weil das Und Sachen Die trage ich in mir so Und darauf habe ich auch Bock So weil das sind auch Sachen Die auch visuell gut aussehen Wenn du ein Musikvideo machst Das sieht auch visuell geil aus Achso Wenn irgendwelche Ollen mit dem Arsch da Voll vom Gesicht so oder was Ja das ist das was viele Männer Ja warum stellst du denn nicht Ein paar Männer hin Was Frauen auch sehen wollen Schön mit Oberkörper frei Weil ich nicht auf Männer stehe Ja aber Frauen stehen drauf Ja aber Mach doch mal was für Frauen Nicht nur für Für euch Männer Ja weil ich Ich brauche ja keine nackten Männer In meinen Videos Ich bin doch der Einzige Der da nackt ist Nein Spaß Ich bin nicht nackt Aber so halt Was wärs ja noch ey Mann Asima Warum ich mach keine Faxe Das ist halt einfach Das normalste der Welt Mach mal keine Faxen jetzt Ich will das machen Ja du kannst es ja auch machen Das ist doch deine Sache Aber du kannst ja auch mal Ruhig mal auf mich eingehen Ich muss ja nicht jedes Mal Auf dich eingehen Ich bin ey hör mal zu Ich bin auf dich eingegangen Ich hab die letzten Alben Oder was heißt Ein Album Oh jetzt kommt es schon wieder diese Lager Hör mal zu Ich hab für dich doch Du sagst ich komme dir nicht entgegen Ich habe für dich ein ganzes Album produziert Was willst du denn noch alter Ich hab jetzt auch mal Bock Was anderes zu machen Ich kann doch nicht jedes Mal Ein Video machen Wo es immer um Herzensbrecher Oh ist der süß Ich will das nicht Ne warum Hat der keiner dann gesagt Herzensbrecher Ich hab doch nicht nur das zu bieten Ich kann auch Ich bin ein Künstler Ich bin Facettenrecht Ich kann heute einen Song Über glauben Ich kann morgen über Politik Übermorgen über Liebe Übermorgen um Sex Lass mich doch mein Ding machen Ja komischerweise Dreht sich bei dir Das nur noch um dieses Thema Sex Ja 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 schön Ja Ja was soll ich sagen Also ich kann ja jetzt auch nicht Ähm Von meiner Frau erwarten Dass sie das geil findet Dass ich jetzt ein Musikvideo drehe Äh wo mehrere Nackt oder halbnackte Frauen Oder eine halbnackte Frau Sich äh Neben mich da Neben mir Neben meiner Wenigkeit Da rumtanzt Äh Es war mir schon klar Dass sie das nicht geil finden wird Das ist mir scheißegal Ich sag ja nur was mich stört Worauf ich Gerade kein Bock habe Ich hab's gerade immer nicht verstanden Was stört steht daran Ich hab einfach keinen Bock Mein Mann im Fernsehen Auf YouTube Wo zigtausend Leute auch alle sehen Mit irgendwelchen Weibern zu sehen Also weißt du was ich meine Also was die anderen Leute denken Ist mir scheißegal Aber ich will dich doch nicht sehen Verstehst du Du würdest mich auch nicht gerne Mit irgendwelchen Typen im Fernsehen sehen wollen Ja und Aber das ist was Komm Nee das ist nicht was anderes Nur weil ich jetzt kein Musik oder so mache Ich kann mich jetzt auch Auf YouTube einfach so verkaufen Als ob ich Musik mache Weißt du was der Unterschied Zwischen uns beiden ist Nee Ich hab dich kennengelernt Und du hast nie Irgendwas mit Kunst zu tun Du hast mit der Sache nichts zu tun Muss ich auch nicht Wärst du Wärst du eine Künstlerin Wärst du eine Die Wert auf Musik Auf Kunst legt Dann wäre das was anderes gewesen Aber bei dir ist doch so Du hast von vornherein Kein Bock darauf Nee Hat den gesammelt Warum Ich kann mich doch im Laufe der Jahre Auch verändert haben Warte doch mal Du hast mich doch Hyperaktiv kennengelernt Du hast mich kennengelernt Ja du hyperaktiv hast jetzt auch nicht Also du hast Musik gemacht Ja aber noch nicht so Und außerdem hat es nichts anderes zu tun Ich kann mich doch auch Im Laufe dieser Jahre Die wir jetzt zusammen sind Auch andere Hobbys anschließen Verstehst du das mal Ja dann mach doch Ja dann mach doch Aber komme dann nicht auf diese Leier Und sagt Ja das stört mich Und das stört mich Brauchst du nicht Komm Und keiner sagt Dass du nicht sagen darfst Wenn dich was stört Du kannst sagen was du willst Aber Das Ding ist einfach Es geht das gerade um ein Projekt Was noch nicht mal fertig ist Ein Projekt Und ich würde gerne das Projekt fertig machen Und wenn es dann nach meinen Vorstellungen entspricht Dann würde ich auch gerne ein Album machen Mach doch Mach doch Aber komm doch auf die Ich mach das Video Aber das Ding ist einfach Ich wollte so ein bisschen deine Meinung hören Ob dir der Flow gefällt Ob dir der Text gefällt Ja der Flow der Text gefällt mir an sich ja Und die Meinung hast du ja jetzt Boah ich höre ja Ich verstehe auch voll die Typen einfach Deswegen ist auch kein Künstler vergeben Tja Weil man sich so eine Kopfschmerzen gar nicht machen will Eigentlich Eigentlich schreibt man so einen Text Weil man Bock hat das Ding zu recorden so Und dann Hört man sich die Meinung von einer Frau an Die mit dem Die mit dieser Sache nichts zu tun hat Und dann kommt sie noch mit Du kommst doch gerade an mit deinen Eifersuchtsgeschichten Es geht dir doch gar nicht in erster Linie darum Dass irgendwelche Leute um was von mir denken oder? Oder doch? Ne Also es ist Eifersucht Ne das hat allgemein was damit zu tun Ja Wenn ich jetzt diese alte Also wenn ich jetzt die Frau aus dem Video rausschneide Ja und? Hast du trotzdem ein Problem? Ne Du hast doch gerade gesagt der Text und so Der ist zu hart Nein Ich habe auch gesagt Das klingt alles so vom Vom Flair und so Text finde ich ja gut Habe ich doch gesagt Ich meinte nur dann Wenn ich mir das jetzt vorstelle Mit dem Text zusammen Und dann plus nochmal die Olle dazu Die im Video Dann ist das definitiv zu hart Das ist doch Kunst Alter Das ist doch Kunst So ein Ding So hinzukriegen Dass man auch von YouTube nicht gestrikt wird Und das ist trotzdem ein Du guckst dir doch auch gerne so Sachen An wie Fifty Shades of Grey Ja guck ich auch Ja aber das ist ja was anderes Da sehe ich ja nicht meinen Mann drin Warte doch mal Der Typ ist erstens verheiratet Zweitens ist das auch eine Art von Kunst Ne Ist mir aber scheißegal Ist auch Kunst Ja kann ja sein Nicht kann sein Ist nicht kann sein Weil es ist ein wichtiges Thema Also stopp Also sag ich mal jetzt mal so Ja wenn jetzt Guck mal wenn mich jetzt irgendjemand anschreibt Und fragt Ja mach es in meinem Video mit Mich Hast du gerade die Worte Du hast gar keine selbe Von dem verstanden Doch habe ich Ich habe gerade gesagt Du bist keine Künstlerin Du hast nichts mit der Sache zu tun Du bist doch gar nichts da In dieser Bubble überhaupt Tätig so Du bist gar nicht da Warum Man kann sich doch auch umändern Umstellen Andere Hobbys auch mal anfangen Verstehst du Mach Kann man doch Und wenn ich jetzt jemand anschreibe Dann sagt ich Wenn du es gut machst Nein Darf ich nicht Mein Mann hat was dagegen Wenn du es gut findest Dann mach Naja So wie du einige Sachen gut findest Finde ich dann auch einige Sachen gut Was ich mache Aber das finde ich doch schon Die ganze Zeit gut Das kommt doch jetzt nicht Seit zwei Wochen Das ist doch Die Musik machst du doch schon Unter dem du mich kennst Ja aber auch nicht Auf dem Level Digga Du hast mich praktisch Auf der Bühne kennengelernt Ja aber nicht Auf jeder Veranstaltung war ich Ja Nee Zeig mal jetzt nicht rum Alter Ich will einfach nur In dem Was ich mache Einfach Spaß haben Du sollst mir Spaß einfach nicht nehmen Fuck mich einfach nicht ab Junge du fuckst mich ab Ey Dann mach doch die Sache Was fuck ich dich ab Ich hab dich gerade nach Deinem Mail Ja und ich hab sie gerade gesagt Der Text tut so hart Nein Die alte Erstmal hab ich noch gar keine ausgesucht Ich hab noch gar nicht entschieden Ob eine Frau reinkommt Ich hab nur gesagt So das wäre krass Wenn man so und so macht Und du schon direkt Willst mir schon die Schranke da vorsitzen Erstmal hab ich nicht gesagt Der Text ist so hart Ich hab gesagt Der Text und der Flow Klingt geil Verstehst du? Hab ich doch gesagt Nee du hast gesagt Du findest das Ding Ein bisschen zu hart Ja aber nicht Nein ich hab gesagt Wenn ich es in der Kombi versehe Ich weiß auch gar nicht Warum ich dich überhaupt frage Ja dann frag doch einfach nicht Nächstes Mal ey Ich dachte man kann mit dir Darüber reden Ja kann man ja Ich hab es dir ja gesagt Ich dachte man kann es dir vorrappen Ich dachte man kann dir zeigen In welche Richtung das gehen soll Damit man Ja hast du ja Bis vor 10 Minuten war ich noch Richtig gut gelaunt Ja Ich find's so geil Nächstes Mal wenn du dich auf etwas freust Werde ich dann auch die richtig kaputt machen Ja macht so ey Wenn es nicht Spaß macht Dann wüsste ja sehen wie geil du das dann findest Ja warum denn Ich komm mal Weil das war nur Vorfreude Ich wollte einfach einen Song über Sex machen So Ich hab einfach Bock so Mal deine Meinung zu hören Und er sagt Du darfst das nicht Was ist los mit dir? Ich hab gesagt Ich bin ein kleines Kind Guck mal Noch einmal Ich schwöre auf Gott Ich frag nur dich Weil du meine Frau bist Wie du es findest Ja Wärst du nicht meine Frau Ich würde einfach Ich würde einfach in das Studio gehen Ab in die Booth Und ich gebe das Ding einfach auf Und ich würde es gar nicht fragen Junge dann frag mich doch einfach nicht nächstes Mal Ich frage dich Warte mal Ich frage dich Weil ich dachte Du freust dich Dass man wieder was anderes kommt Dass Musik kommt Dass auch mal Die Richtung gewechselt wird Aber es kann mit dir ich machen Nee warum doch Mit kann man sehr vieles machen Aber Ja bei dir kann man nur Teletubble Musik Warum denn Teletubble Junge? Ja bei dir Du willst nur Dass ich so eine Musik mache Was familientauglich ist Hab ich nicht gesagt Du musst ja auch nicht sowas sein Es gibt doch so viele andere Künstler Die machen auch Musik Auch in dem Dreh Aber das sieht nicht so aus Wie bei dir Aber guck mal Weiter 50 Shades of Grey Ja das ist auch geil Ja das ist geil Und genau wie du das geil sagst Ja Das ist geil Aber das machen Machen ja andere Darsteller Und nicht mein Mann Wenn ich mein Mann da drin sehen würde Junge Dann wärst du nicht mal mein Mann Alter Okay wie geht's jetzt weiter Machen wir jetzt das Projekt Ohne dass du mir Kopfschmerzen bereitest Ja du kannst ja das Projekt machen Ich kann das Projekt machen Ja mach's doch Also weißt du Ich meins Ja Ist nicht meins Aber Oh ich war's ja Ja Ich wünsche dich nicht Ich wünsche dir einfach Ja viel Spaß Dankeschön Bitte Ich werde dir einfach nichts Mal gar nicht mehr erzählen Dann mach ich einfach mein Ding Alleine Ja mach mach Ich gehe woanders meinen Tee trinken Ja Mach mal Kann ich hier weiter gucken Meiner Meinung nach Muss ja ein Künstler auch irgendwie immer so eine Steigerung haben Es muss ja irgendwie Es muss ja irgendwie auch mal über was anderes gerappt werden außer Straße, Ghetto, Liebe, Liebe, ich liebe dich und so Und ich dachte mir einfach ich mache auch etwas wirklich so im Privaten redet man ja wirklich viel über dieses Thema Ich habe das jetzt um ehrlich zu sein nicht so richtig verstanden warum die sich jetzt da so krass gegengestellt hat sage ich ganz ehrlich so Weil es ist ein Thema was irgendwie alle von uns betrifft so jeder tut es aber die wenigsten reden darüber und so eine hyperaktive Leute wie ich haben einfach mal Bock einen Song drüber zu machen Und Ich habe mir einfach so das Thema beiseite gelegt wie sie darüber denkt und habe dann einfach das Projekt einfach weiter also an dem Projekt einfach weiter gearbeitet Nachdem ich Ghetto 96 im Kasten hatte nachdem ich Unterdu im Kasten hatte nachdem ich Sex mit dir recordet habe habe ich erst mal so gemerkt dass die Dancebeats auf 120 BPM mir einfach mehr gefallen Und ich habe mir einfach gesagt ich habe zwar Lust auf so einen Song was so Sommerhit lastig ist was in die Richtung Liebe geht Aber ich möchte das mit einem 120 BPM Beat machen weil das schon bei Sex mit dir sehr gut funktioniert hat Also dachte ich mir mache ich noch ein Projekt mit einem Beat mit 120 BPM was auch ein bisschen mehr Power hat aber auch was uns Sommerfeeling hat und Ich habe dann wie ein Verrückter angefangen an dem neuen Song Leila Bonita zu schreiben Habe dann so geguckt welcher Flow passt mehr und habe mich dann wirklich ziemlich gut ins Zeug gelegt Es gibt insgesamt von Leila Bonita drei Versionen und nur eine Version davon ist veröffentlicht worden das ist nämlich die letzte die man auch auf Spotify und Co. kennt Ich habe eine Sache an mir festgestellt Wenn ich im Alltag beispielsweise Termine wahrnehme von Kunden und mich um meine Standardarbeit kümmere Arbeite ich nach Termin Kunst funktioniert so überhaupt nicht Und wenn man denkt dass man diese zwei Sachen miteinander verknüpft da kommt nur Scheiße bei raus 100% Denn ein Mensch ändert was Kunst angeht seine Meinung Wenn man gerade dabei ist ein Projekt zu machen Und man möchte jetzt einfach Beispielsweise die Version ausprobieren Es so ausprobieren Vielleicht mit dem Flow Mit der Melodie Dann kann sehr viel passieren wenn man sich nicht so richtig Zeit dafür nimmt Und bei Leila Bonita ist mir aufgefallen Dass ich In der ersten Version einfach zu viel reingehauen habe Das war einfach zu viel Power in der Stimme Und ein Song der Sommerhit-lastig sein soll Positive Love Story beinhalten soll Darf nicht so sein Meiner Meinung nach Und da bin ich ins Studio gegangen DJ Screw war da Kai war da Und dann haben wir den Song recorded Hat er Mix Mastering alles fertig gehabt Hat er mir zugeschickt Und dann höre ich den Song so Und ich merke so Ey wie Scheiße ist das Alter Dann habe ich auch gleich zu DJ Screw gesagt Ey wir müssen irgendwas an diesem Beat ändern Weil der Beat gefällt mir nicht Weil der hat sich ja damals nicht so angehört Wie in der letzten Version Dann hat er den Beat verändert Habe ich den Song umgeschrieben Dann sind wir wieder ins Studio gegangen Haben wieder Leila Bonita aufgenommen Und das war dann schon die zweite Version Die Aufnahme ging wieder zu DJ Screw Er hat sich um Mix Mastering gekümmert Und dann höre ich mir den Song wieder an Und der gefällt mir schon wieder nicht so Aber ich hatte eine Idee Und diese Idee konnte ich einfach nicht umsetzen Vielleicht kennt ihr das so Wenn ihr selber Musik macht Ihr habt da eine richtig geile Idee Aber ihr kommt irgendwie nicht zur Umsetzung So wie sich der Song eigentlich im Kopf anhört So hört er sich nicht im Studio an Verdammte Scheiße Und dann habe ich mir erstmal Zeit gelassen Ich wollte jetzt erstmal nichts überstürzen Und habe dann zu DJ Screw gesagt Ey Bro hör mal Ich werde den Song jetzt erstmal ruhen lassen Der Beat Also die zweite Version vom Beat ist zwar gut Aber Wenn du noch was machen kannst Mach was aus dem Beat Vielleicht ein bisschen anders Aber der gefällt mir schon mal Aber ich lasse den Song jetzt erstmal ruhen Ich brauche Abstand von diesem Song Weil diese zwei Versionen Die haben schon meinen Kopf übelst auseinander genommen Und Dann war ich so gerade am Schreiben An neuen Projekten Auf einmal Wie aus dem Nichts Meldet sich DJ Screw bei mir Und sagt so Ey Bro schau mal hier Ich hab einen neuen Beat für dich Wegen Leila Bonita Ich hab den ein bisschen verändert Und dann hör ich so rein Und ich denke mir so Ey so geil ja Anscheinend war es doch richtig Den Song Die erste Version Und die zweite Version Nicht zu veröffentlichen Sonst hätte ich das übelst bereut Und dann habe ich Eine dritte Version geschrieben Also Leila Bonita Zum dritten Mal neu geschrieben Mit neuen Parts Mit neuen Flow Mit neuen Sätzen Alles neu gemacht Und da habe ich jetzt gesagt Ich werde jetzt gar nicht Den Song so machen Wie ich ihn mir vorgestellt habe Sondern ich werde ihn jetzt einfach mal Ein bisschen chilliger machen Und die letzte Version Also die dritte Version Von Leila Bonita Das war auch die Die mir gefallen hat Und ich habe auch gesagt Sollte die dritte Version Scheiße werden Werde ich den Song Gar nicht veröffentlichen Weil dann ist es anscheinend nicht Der Song Aber Nachdem DJ Screw Den Song abgemischt hat Schön Gepegelt hat Von der Lautstärke Habe ich gemerkt Ey du musst dazu Ein Video drehen Und das Video Haben wir Einfach mitten In der Corona Zeit Am Kudamm gedreht Und man weiß ja Dass der Kudamm Ziemlich viel befahren wird Und da gibt es auch Sehr viele Menschen Die da rumlaufen Und die wollte ich aber Alle nicht auf meiner Kamera haben Ich hatte richtig Bock Einfach so einen Kudamm zu drehen Aber ohne Menschen Und da hatte ich eine Idee Ich dachte mir einfach Ey ganz ehrlich Es gibt keine Partys am Samstag Es gibt keine Partys am Freitag Also werden die Leute Sowieso erstens zu Hause bleiben Du wirst die ganzen Junkies Nicht auf den Straßen sehen So die die ganze Nacht Durchgemacht haben Dann werden wir einfach Das Musikvideo An einem Sonntag Morgen drehen Mitten in der Corona Zeit So Und da fahren wir zum Kudamm Samt Darstellerinnen Samt Kameramann Alle drum und dran Wanderen Und einfach der Kudamm ist leer Jackpot Einfach der ganze Kudamm Ist leer Leergefegt Es gab einfach keine Menschen So Und Das kam mir Mega mega gut Gelegen So Und Dann haben wir uns da hingestellt Haben angefangen zu drehen Haben mehrere Sachen dort abgedreht Und es war so geil Man hat so das Gefühl Wenn man Leila Bonita sieht Als hätte ich einfach Den ganzen Kudamm So Einfach mal angemietet So Alles auf mich So was ich Was ich machen will Wird gemacht Keiner darf auch Für die Kamera gehen Es ist alles für mich gemietet So Was für ein Scheiß Alter Als hätte ich irgendwas gemietet Es war einfach Glück Weil Es war Corona Die Menschen waren alle zu Hause Es war Sonntag Da geht sowieso keiner Irgendwo raus Und Das war einfach Jackpot Und dann haben wir einfach Wirklich am Sonntag Das Ding am Kudamm Abgedreht Und was dann rausgekommen ist War mega 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 Richtig gut Richtig 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 gut Und ich bin sehr stolz drauf Und ich bin sehr gut 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 Vielen Dank.